Was macht das Ding jetzt? Achso, ist der dich auf oder wie? Achso! Jetzt bist du tot! Hä? Ah! Oh Mann, ist das doof! Was ist denn in der Nähe? Achso! Und jetzt... Yay! Achso! Ah! Wtf... So... Hivebanger sind... Entschuldigung! Eine Putzlalle... Okay... Sichere diesen kosmischen Stein, Colson, und lass ihn zur Analyse ins Labor der Fantastischen Vier bringen! Ja, Sir! Hm, Hulk, könntest du uns mit dem Schrott hier ein bisschen zur Hand gehen? Oh! 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 Ihr nennt sie kosmische Steine? Sie stammen von dem Sky-Stiver, dem ihr begegnet seid. Reed Richards ist beauftragt herauszufinden, warum alle so scharf drauf sind. Danke für deine Hilfe, Spider-Man. Bei diesem Einsatz gibt es immer einen Platz für einen Helden wie dich. Als ob ich dafür Zeit hätte. Erstens habe ich morgen eine Trigonometrie-Prüfung. Für meine Tante soll ich ein Dutzend Eier besorgen, und außerdem sterbe ich fast vor Angst. Wer steckt nur dahinter? Was genau haben die vor? Und heißt das, ich kann nicht mehr so lange in der Wanne liegen? Keine Ahnung, ich wünschte, ich wüsste es. Und ja, Tony, begib du dich zurück zum Stark Tower und bring mir ein paar Antworten. Yay! Level abgeschlossen! Wuhu! Sun-Central Station... Okay. Station. Wir haben einen Iron Man, Hulk und zwei in meinen Kopf reingeschaltet. Gelb! Ich werde es nicht auf 100% bringen. Was ist das? Deutsche Steine. Gelb ist ja ganz normal. Was kommt jetzt? Ich brauche alle kosmischen Steine, die ich kriegen kann. Meine Arbeit macht Fortschritte. Macht schneller. Wer ist das noch? Darauf werde ich reduziert? Mich für meine Pläne auf jämmerliche sterbliche Kreaturen zu verlassen? Auch wenn er einen Kohlenthron und ein Metallgesicht hat. Direktor Fury, Reed Richards ist hier. Ah. Ah. Mr. Fantastic persönlich. Gibt es Erkenntnisse zu diesem kosmischen Stein, den ich geschickt habe? Ich brauche Hilfe. Ist Tony Stark da? Der arbeitet an etwas anderem. Ich habe noch einen Avenger hier. Ich bin eigentlich der erste Avenger, Sir. Hast du Erfahrung mit theoretischer Quantenmechanik und exotischen Energiequellen auf Nanobasis? Äh. Ich hatte eine Eins plus in Geschichte. Uns wurde bestätigt, dass noch mehr dieser Steine im offenen Meer niedergegangen sind. Hill, ich brauche ein Shield-Forschungs-U-Boot, um die kosmischen Steine einzusammeln. Cap, du und Reed Richards, ihr begebt euch zum Baxter-Building und helft, wo ihr könnt. Ich kann immer ein paar Kriegsanleihen verkaufen. Hill, noch was Wichtiges. Mittagessen. Ich nehme Shawarma. Star kennt einen guten Laden. Shawarma. Lol. Kenne ich ja von Sims. Shawarma. Wow. Das ist... Coole Kamera. Männ, wir brauchen euch beim Baxter-Building. Und zwar Pronto. Direktor Fury möchte so viele Informationen über diese kosmischen Steine wie nur möglich. So, jetzt sind wir einer von äh, Captain Bissin Captain America und... So fantastic. Von den Fantastischen 4, oder? Was fand ich jetzt hier? Wow! Wow! Wie geil! Ja! Wie awesome! Der Feischtbring, ist das? Oh, oh, oh! Ist das das Baxter-Building? Da scheint was los zu sein. Oh, oh. Der Fan guckt den Fantastischen 4 ist wohl in der Stadt. Es wird nicht einfach sein, mitten in der Menge zu landen. Du hast recht. Lieber im Park gegenüber. Wer braucht denn Fallschirme? Na gut. Ah, genau! Wie geil! Ah, wie geil! Echt! Das würde ich nochmal machen. Wenn es geht, mache ich es nochmal. Also 10 mal. Okay, dass irgendwie mir ein bisschen... ...musser ist. Ja, okay. Das geht ja noch. So schlecht, dass ich an jeder Frau rein... Woah, jetzt kann er schnell laufen! Woah! Der ist ja schnell. Okay, ähm, was kann man machen? Eis! Oder was auch immer. Warum kommen wir eigentlich hier raus. Aha! Jetzt! Aha, genau! Könnte ich nochmal sagen? Wer das kann? dieser durchgang wäre wohl für die meisten leute zu klein das ist fantastisch wo willst du jetzt da mitgehen was soll ich mit einer tasse was soll ich mit diesen ding eine ernsthafte frage was soll ich mit dieser tasse die ist gruselig kriegt das ding oder was kann er sich nicht zurückholen er ist gruselig oh geht doch jetzt kapitel das hätte nicht passieren dürfen das sicherheitssystem muss versagt haben dass mich durch wir müssen das ding irgendwie lahmlegen wir sind jetzt das ist da drin weißt du hier ist das was ist da drin weißt du okay es gibt es gibt es ist es ist es ist es ist es ist Perfekt! Kannste nicht da oben bleiben? Hier solltest du rüber gleiten können. Das ist so... Das ist so scheiße aus. Und jetzt haben wir das? Upsi! Ah, ich bin sehr unruhig. Das ist aber schön. Was? Der Winde? Ah, wohin soll ich... Die obersten 5 Stockwerke des Baxter Buildings gehören den Fantastischen 4. Aktuelle Pläne gibt es nicht, da Reed Richards das Layout seiner Labore ständig abändert. Okay. Danke für diese Info. Die hat mir jetzt sehr geholfen. Oktopus? Wie hieß der? Ist doch Oktopus. Doktor Oktopus. Doktor Doom, ich bin's, Doktor Oktopus. Ich hab ihn gefunden. Uah. Spinnum! Warum eigentlich nur Spider-Man gegner? Ah. Mich halten diese unbedeutenden Kreatoren nicht auf. So gib auf, Octavius. Der lange Arm des Gesetzes wird dich besiehen. Was ist so? Oktopus! Schnapp ihn! Ah! Was ist so? Ich bin so lustig. Halt doch mal zurück! Was soll das jetzt sein? Was ist das? Sie sieht einfach nur krank aus. Ich mag es einfach nicht. Oh, schon ein Ohr. Ich bin so ein Ohr. Was heißt hier mittelmäßig? Was ist mittelmäßig? Das ist mittelmäßig. Schaukel. Er geht aufs Dach. Los im Nachkern. Oh! Was heißt hier mittelmäßig? Natürlich wird jetzt der Oma von zweit, bis wir das Rätsel gelöst haben. Das ist natürlich ganz klar. Ich bin so einhörer. Das ist der Fall. Ich bin so einhörer. Was ist es? Aber es gibt gar nichts Das ist gut Das ist eigentlich schon ganz cool Ah! Muss man überlegen! Muss man überlegen! Ich bin bei der Welt. Oh Mann! Ah, hier ist es nicht vorne. Ah, hier ist es so. So geht das. Ach so! Das kann ja auch machen! Das kann ja auch machen! Das ist keine Spider-Man! Spider-Man! Was ist das? Ich kenn den Text nicht! Egal! Wieso kennst du das? Was ist das? Ja, Captain America, geh mal da hoch! Ach so! Schade! Der arme Captain America wird voll gepist! Hab ich auch noch nie geguckt! Noch nie geguckt! Noch nie! Ich weiß nur, dass er mit den Schilden fängt. Ich kann gar nicht reden. Ich bin zwar schlecht davon. Ein Laserstroll! Und das ist was ich probiert! Ah, natürlich! Ich bin Captain America! Was soll ich denn? Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn erleuchten? Mann, ist das Fensterhaus! Hä? Was soll ich denn erleuchten? Ah! Alter! Okay, los geht's! Wuhu! Toller Luft! Leck das hier immer! Yay! Wuhu! Spiderman oder was? 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 Was so? War doch gerade eben Spiderman, oder? Ich meine, ich hab' den Speicheln. Okay, er kann ja nicht so gut sein. Was soll ich tun? Wer bist du? Hä? Alter, was ist das? Was ist das für ein krankes Ding? Das kenn' ich gar nicht. Komm, wir speicheln mal. Das macht ja gut, Ende. Was ist das? Oh, das war's. Was? Ah! Ah! Ja, das ist sowas. Ja, das kenne ich ja noch nicht gut. Ich fühle mich voll alt, weil ich seit einem Lego-Spieler kenne. Das ist alles so neu. Sie reden mit dir. Ähm, okay. Das finde ich das. Und der war auch cool. Wie kommt der jetzt da noch da drüben? Genau. 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 Was soll das sein? Entspinnen jetzt? Ah! Falle runter. Auch gut. Natürlich. Natürlich. Oh, mein Gott. Das ist ein Teil von Silvia. Ja. Okay. Oh, da, mein Reiser! Okay. Okay. Okay, das ist der nächste Direktor. Okay. Okay. Jetzt mal. Genau. Okay, das ist gut. Okay, der ist das so gut. Okay. Das funktioniert aber nicht. Ah, keine Ahnung. Du hast das gar nicht gemacht, du Arsch. Kannst du schon noch auf diese blauen Dinger das machen. Ich will nochmal nach da oben. Ähm, wo ist das Speicherdink da oben? Wohin ist das Speicherdink? Nein. Wo ist das Speicherdink? Ja, jedenfalls werde ich jetzt meine Aufnahme speichern. Er hat gespeichert, weiß ich ja. Ja, egal. Stimmt nochmal und damit verabschiede ich mich von der ersten Folge oder der zweiten Folge von unserem neuen Projekt. Lego, Avengers, Marvel, Dings der Bums. Ich habe den Namen vergessen immer noch. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns. Ciao.